hallo meine freunde herzlich willkommen zurück bei left for dead 2 medallien ghost und wir spielen zu umfieber zum fieber und wir sind im sumpf so weit kann ich sagen und ich der coach der tod bringt die heilung der tod bringt die heilung los latschen du stück kann ich erstmal den timer stellen jetzt gleich vorbei ach das ist das scheiße nick das war der pilot richtig aber als zombie war dann nicht mehr so der mega pilot ich glaube der absolute tiefpunkt des fluges kam als er aufhörte zu fliegen und angriff im sumpf sind wir so dann fangen wir an wo sind die zombies so Freunde wir haben die 20 abonnenten geknackt yeah und ich habe immer noch die scheiß micraft mod für den hart gemacht die 20 abonnenten haben wir geknackt in hudeln voll geil ich sei die geilsten immer schön hier absuchen vielleicht gibt es was schönes ja was sind denn die scheiß zombies ich feil dann gegen viele hier bei mir ein defil ohne brandponne und was ist das brand munition bei mir wo du musst auch mal mehr die die räume absuchen dann findet man auch den gelsten stuff kommt die brahn Sep ni ne je hier ist dinges hoch hoch grad schon noch nicht in der pl극 anscheinend hoch der lieste mhm ich komme weg 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 Ah schon, stopp. Scheiße, du bist gut. Oh, was ist denn da? Genau, schauen wir besser nach Vorräten. Hier liegt noch ein Baseballschläger. Und noch eine Bratpfanne. Irgendwie sind hier gerade nicht so sehr viele Zombies unterwegs. Ich hab so das Gefühl... Was, wo, wie, wo, was? Ich hab gerade so das Gefühl, dass hier nicht so sehr viele Zombies unterwegs sind. Jo, bei der Mission ja immer schon. Bis schon, ne? Das war auch bei der Mission ja immer schon so, Freunde. Ich höre irgendwo an Hunter. Oh, oh, die Zombies. Oh, Hunter und Jar Jar. Boah, wie schön ausgemischend. Oh, Mann, wo. Dann machen wir mal schön. Es liegt ne Pipebump. Ich hab aber schon einer. Aber interessiert dich ja nicht. Lade ihn auf! Na, gibt's den Nevoi an der Haustür? Ich lade nach! Schatten. Flattenspieler oder? Oh, Bumpen! Oh, Bumpen! Oh, Bumpen! Ich seh den Schatten von dem Zombie durch die Wand. Das ist natürlich sehr schön. Oh, Brand Munition. Oh! Der will mich jetzt nur... Alter, ich werde jetzt schon wieder weggenommen. Ja! Ich komme! Ah, erst mal die Branden hier holen, ey. Das ist alle hier. Ja, hier ist so eine Jukebox. Ja, ich wusste es. Ich wusste es. Brauch jemand hier! Ich bin hier. Ich bin hier. Waffen! Aua! D4 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 D5 D4 Oh ja, das ist so matscht. Hier oben liegt noch eben noch Dings und noch Brand-Munition, nee, Flitter-Munition ist das. Also hier Explosions-Meine. Ja. Macht ja mehr Schaden. In Jürgen gibt es auch noch Pillen und so. Die solltest du vielleicht noch haben. Wo ist er noch mit der Linken? Die nun 60, aber es ist immer gut, die mitzunehmen. Kannst du nochmal nehmen? Nee, leider nicht. Zambies. Oh, ich kasse die. Scheiße. He he he. He he he. Zeig mit dir in der Heft. Du musst auch. Waffen hier drüben. Rohrbombe. Aufs Boot. Kommt doch. Ach, komm mal her. Schau. Ach, wo du hinziehst. Ja. Denk mir noch die, die Shotgun mit. Bitte lass das. Nicht auf mich zielen. Ab aufs Boot. Und Pillen hast du dir trotzdem wieder nicht mitgenommen. Ei, ei, ei. Was sollen wir aus dir werden? Ja. Scheiße. Wo kommt man denn ab? Das tut's. Rohrbombe. Ich weiß, dass sie im Wasser gelandet. Ah, da war ein. Fisch da. Ja. Also, ich kann das Boot immer schneller fahren. Ich kaufe keine Munition mehr. Jaaaa. Hunter. Danke. Tänk, Tänk, Tänk. Das ist auch hier. Oh. Ja, das ist nicht mehr. Das ist mit meinem... Oh. Ach. Kiff? Oh, oh, oh. Oh. Ich bin down. Ich bin komplett weg. Der hat mich ins Wasser gehören. Scheiß alter. Der hat mich komplett weggeklatscht. Oh, ich hab nur noch die Pistole, aber hier ist noch eine Waffe. Na, kommt Wasser. Bringt's das? Wir wissen es, was ich wünschen. Ach, deine Leiche ist ja im Wasser. Ich bin komplett weg. Pistole ist besser. Da liegt noch eine Rohrbombe. Eine Rohrhaugenbombe. Eine Rohrhaugenbombe? Also... Oh, man kann ja ins Wasser. Ja, hier. Hier kann man ins Wasser. Ja, hier ist ein Jockey irgendwo. Ja, das ist ja schlau von dir. So, warte mal. Hier kommt Zombies. Nimm das Zombies, die Rohrbombe. Und dann kann ich erstmal hier so einen geilen Dings. Akimbo Pistolen. Und Granate auch mitnehmen. Ja. Da siehst du noch Muni. Hallo Muni. Kannst du auf deine Pistole machen. Los doch, Jungs. Versorgt euch mit Brandmunition. Brandmunition. Stimmt bin ich hoch bald dauernd. Ja. Obwohl, es geht. Ja, du hast noch drei Schläben. Nö, die Brandmunition ist die höchsten Pistolen. Na? Schade. Nein. Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Wo wurde er? Wir müssen hier hochwetten. Du, 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 du. Ich bin voll langsam. Komm, Zombies. Ich habe einen Rackenbeeren. Äh, einen Kanadenbeeren. Ah, da bin ich. Dahinten bin ich. Hol mich da raus. Ha. Hilfe. Ich muss dir noch nie um Hilfe rufen. Hilfe. Hilfe. Hol mich raus. Ich muss mir kurz noch nicht gehen. Ich muss dir. Ah, dir wird schon geholfen. Ja, die, die Bots sind richtige Hilfen. Ja, da bin ich wieder. Oh, Mann. Oh, Mann. Ja, was ist denn? Du, 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 du. Also, du machst mir ja auch langsam. Ich habe eine Witsch. Ich habe eine Witsch. Die liegt wahrscheinlich hier irgendwo in der Wald. Das ist mein Rene, lache. Ich muss erst mal ein bisschen Stuff suchen. Weil das Haus hast du ja eh hier vergessen zu durchsuchen, deswegen... Mach ich das mal! Oh, Mann. ich mache mit rochelle alles blass Ist auch im Grunde ein Chocky, ne? Was sind die Wetsch? Die ist wahrscheinlich schon an der Verteilung gelaufen, oder? Ne, ich glaube die ist noch vor uns. Denkt dran! Wie liegt denn da? Ein Cricket-Schläger! Ne? Da ist ein Charger! Da ist ein Charger! Lade nach! Lade nach! Oh, ist der da! Okay! Rotwinde und Raketenwerfer Nehme ich jetzt mal den Granatwerfer mit Baaam Da ist doch irgendwas Anstatt der Leugen sind Special-Zombie Hey hier drüben ist Licht Lade nach! Aber doch keiner dort Baaam! 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 Lade nach! Baaam! Baaam! Oh hier viel Geil los Lade nach! Hier geht's lang! Warte! Dann warden wir Vorsicht! Ja ja, du hast noch viel Life mal Oh ich kann nur ein bisschen schlecht bewegen Kannst du dich ja mal heilen wenn du Bock hast Äh wenn ich's könnte Aber hier sind eh mehr die Kids Moment, ich heilen Machen wir da mal kurz hier Jetzt geht's gut Viel besser Warte ich krieg dich hin Du du du! Alles cool! Oh yeah! Swamp Reaver! Oh yeah! Erstmal strecken! Ja und da war's das hier mit der Folge Von Love for Let Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder Tschüss! Tschüss Freunde! Und äh Und äh Tschüss! 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 Tschüss!